Karens Kaffee? Ich würde gern Haley James sprechen. Ja, bin dran. Hey, hier ist Nathan Scott. Ähm... Ich brauch dringend deine Hilfe. Entschuldigung, sie ist nicht da. Was war das denn? Ah, falsch verbunden. Du hast doch gesagt, bin dran. Hast du dich im Namen geirrt? Was ist los? Da ist so einer, der will Nachhilfe haben und ich hab Nein gesagt, weil der Typ ein Idiot ist. Du kennst ihn? Naja, ich hab von ihm gehört. Gefährlich? Nein. Was? Den Gesichtsausdruck kenn ich. Welchen denn? Diesen Ausdruck, den meine Mutter auch immer hat, wenn sie unbedingt noch was dazu zu sagen hat. Was ist? Weißt du, Haley, dein Bauchgefühl ist eigentlich ganz gut, also werde ich davon Abstand nehmen, dir reinzureden. Aber eins solltest du bedenken. Wenn dieser Typ dich um Nachhilfe bittet, vielleicht versucht er, sich zu ändern. Du musst wissen, ob er einen Rettungsversuch wert ist. Und er ist schon der TypÃer. Beide verbetitelung für zwei Jahre zur���ation.